Hey, Akashi, hast du das gesehen? Hast du meinen coolen Angriff gesehen, hä? Ja, das habe ich. Wirklich beeindruckend. War aber nur Glück. Was? Eine Fete? Du Kurzstreckengrüble hast sie ihm doch beigebracht. Hast du eben etwa deinen Kopf benutzt? Bist du krank oder so? Was? Das mache ich häufig und immer ist jemand erstaunt. Du bist echt der absolute Knaller! Das reicht, du Idiot. Der Wahnsinn, der Wahnsinn! Hey, hey, hey! So beeindruckend war das jetzt auch nicht, klar? Hey, hey, hey! Jetzt zeige ich's! Ich hoffe mal, du hast uns gut zugehört. Ja, zufälligerweise habe ich das. Also los, machen wir sie platt. Verfluchter Mist! Das war mein Fehler! Hey, ist doch heitler Welt. Ist gut, beruhigt. Ich bin eben doch der Beste! Ja! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Keiner will es riskieren, durch seinen Fehler das Spiel zu verlieren. Damit kann er nur dich meinen. Wohl eher dich! Ihr habt ja recht. Negative Gedanken! Entschuldigung! Ja, das war echt genial von Kenma. Ja, Bock, du Arsch! Warum beteiligen Sie Nishinoya denn als ihren Meister? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Ihnen erzählt, dass sie ihm schon mal eine geknallt hat oder so. Anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Danke. Aber ich hab gar keinen Hunger. Und vergiss nicht das Gemüse! Das gilt das für dich, Kenma! Na los, jetzt nimm's schon! Du brauchst Fleisch! Das ist wichtig fürs Wachstum! Ey, Zucki! Könntest du bitte damit aufhören, mich Zucki zu nett? Entschuldige! Bitte nicht weinen! Ich weine doch nicht! Hab ne Möcke im Auge! Eine Möcke? Alter Falter, der sieht ja total fertig aus! Das Klo, das Klo, wo ist das Klo? Ich glaub, es war hier irgendwo. Ey, deine Frisur sieht echt kacke aus, Mann! Den Friseur würde ich verklagen! Ich bin ganz ruhig. Dürfte ich bitte einen Ball bekommen? Wie gefällt euch das, ihr Säcke? Vielen Dank für dieses Zuspielen. Na, dann kommt's nur her! Was für eine Kante! Das ist doch kein Mensch, Alter! Die Banane passt zu Tanaka. Meter 1 gegen 1,62 Meter fehlen knapp 40 Zentimeter. Unter 40! Ke Kacke ist auch 40 Zentimeter groß. Oder Laternenhaie. La... Laternenhaie? Ich muss nur mit einem Laternenhaie verschmelzen. Die Sache mit dem Laternenhaie hat Hinata aber ganz schön nachdenklich gestimmt. Dürfen wir den neuen Aufsteiger machen? Was versuchst du mit diesen perversen Fingerbewegungen zu erreichen? Was? Bist du in Westfork? Du bist in Westfork, Herr Giama! Haltet alle die Klappe! Wobei, deine erste Finte vorhin mit Leichtigkeit aufgehalten wurde. Halt die Klappe! So was in der Art kam vorhin von den Rängen. Was sagt ihr da? Haben die uns gehört? Das kann doch gar nicht sein! Ach, Gisou! Es ging auch ohne den Laternenhaie! Laternenhaie! Was sollte dieses Ho-Ja vorhin eigentlich? Hab ich den Ball angenommen oder nicht? Ho-Ja! Ho-Ja! Was glatzt ihr so? Ho-Ja! Ho-Ja!